moin moin hallo zu einem neuen video hier auf live aus media im heutigen video geht es um genie timeline das ist eine entsprechende backup software für euer windows system die es euch ermöglicht aus einem windows system auch eine zeitmaschine zu machen das heißt ihr könnt dort eigentlich dateiversionen aus schon monate alten ordnern zusammen sammeln und diese sind auf einer entsprechenden festplatte oder einer partition abspeichern das ganze ist euch dann freigestellt wie oft und wie lange ihr das machen möchtet und welche dateien natürlich genauer gesagt gesichert werden nach der installation taucht meist schon das programm auf also startet sich automatisch beziehungsweise die dienste von diesem programm aber in diesem fall startet es einfach noch per hand und dann bekommt ihr hier direkt den setup assistenten ins gesicht ja gelegt wenn man so möchte direkt auf dem desktop und hier wird das eigentlich schon ganz einfach erklärt man sieht auch auf den ersten blick das ganze ist ein bisschen anders metro design von windows 8 angelehnt und okay somit sieht das ganze ganz gut aus sollte jetzt schon mal genie timeline benutzt haben könnt ihr unten auch noch von einem älteren backup wiederherstellen wenn ihr das natürlich möchtet in meinem fall wie ich allerdings schritt eins auswahl des sicherungslaufwerks das klicken waren in meinem fall habe ich jetzt hier schon eine entsprechende partition angelegt beziehungsweise eine extra festplatte dafür bereitgestellt und das war es dass die festplatte j bzw fahrt j und die festplatte ist backup ich will jetzt einfach noch mal hier im backup namen ich nenne jetzt einfach mal so wir können es natürlich noch hier unseren eigenen benutzer haben hinzufügen und natürlich auch unseren computer namen brauche ich in diesem fall nicht wir können das auch noch als standard namen eingeben brauchen wir in diesem fall alles nicht klicken auf speichern dann klicken wir unten auf weiter wir können aber links hier natürlich auch noch eine entsprechende ftp seite oder andere laufwerke nutzen natürlich auch ein medien server wenn das möchten in den meisten fällen ist allerdings hier die sicherung auf eine externe festplatte zu empfehlen klicken wir auf weiter hier kommen wir zu der intelligenten auswahl hier können wir auswählen welche datei gesichert werden sollen zb alle pst dateien das sind eigentlich outlook benutzer dateien desktop dateien videos musik bilder also eigentlich die wichtigsten punkte die man auf seinem pc hat ich benutze das leider nicht so oft beziehungsweise soll man sagen leider die funktion ist vielleicht für nicht so erfahrene nutzer ganz gut für mich allerdings nutze ich das ganze etwas anders denn ich möchte meine komplette d-preis platte hier sichern und das tue ich einfach indem ich auf arbeitsplatz beziehungsweise den reiter arbeitsplatz gehe und mir hier die komplette d festplatte auswählen denn diese möchte ich komplett gesichert haben so dann können wir uns das noch mal genauer angucken das ist hier wie einfach ein datei explorer wir können hier bestimmte programme oder andere dinge noch abwählen zum beispiel möchte ich jetzt zum beispiel nicht diesen ordner internet gesichert haben wenn wir das natürlich möchten ich sicher dass in diesem fall einfach mal mit aber zum beispiel diesen temp ordner möchte ich nicht gesichert haben und somit kann ich mir das hier ganz einfach auswählen genauso wie diese beiden merkwürdigen dateien klicken wir wieder auf weiter jetzt wird das ganze hier überprüft die erwartete dateigröße wird hier berechnet das dürften durchaus schon 100 gb werden aber wir sehen wir haben hier noch 760 gb knapp 760 gb frei also sollte das alles hinhauen das dauert durch einige minuten egal kommt immer darauf an wie viele dateien genau sichern möchtet bis er das ganze berechnet hat und wenn er das berechnet hat bei mir dann melde ich mich zurück da ist es schon fertig und zwar können wir jetzt hier konfigurieren wann die sicherung immer durchgeführt werden soll bzw wann das erste mal das ganze durchgeführt werden soll zum beispiel um 8 uhr oder entsprechend eine andere zeit in diesem fall leider nicht an die deutsche zeitgebung angepasst pm und am haben wir leider noch stehen okay gut das muss man einfach jetzt so akzeptieren in diesem fall will ich allerdings erstes backup jetzt starten klicke auf diesen haken und das ganze wird jetzt geladen das ganze dauert jetzt natürlich recht lange das sind ja einige gigabyte die jetzt gesichert werden ich erkläre euch in der zeit einfach mal diesen bildschirm hier denn der ist eigentlich ganz interessant wenn ihr das programm öfter nutzen wollte hier oben seht ihr gerade die aktuelle datei die gesichert wird in diesem fall hier einfach eine entsprechende mp3 datei wir haben hier noch den zeitpunkt der letzten sicherung in diesem fall gab es natürlich noch keine deshalb verstehe ich jetzt zwar nicht warum eine minute zuvor steht aber das ist nicht so weiter wichtig nächste sicherung die sicherung wird im intelligenten modus ausgeführt was das heißt erkläre ich euch gleich und dann können wir noch mit einem link zum turbo modus wechseln erkläre ich auch noch mal gleich was das bedeutet dann können wir noch mal den entsprechenden zeitpunkt auswählen seit wann das ganze geschützt ist bzw seit wann diese sicherung erstellt wurde die sicherungs infos nicht komprimiert oder verschlüsselt die gesicherten elemente 30 haben wir im moment an der zahl und es stehen noch 13.000 elemente aus also noch eine ganze ganze menge die hier gesichert werden muss und das steigt auch immer weiter also sucht sich dann noch gerade die ganzen dokumente und dateien zusammen kommen wir noch mal zum punkt intelligenter modus bzw turbo modus der intelligente modus erkennt automatisch anhand der pc auslastung wie viel speicherkapazität ram kapazität in diesem programm zur verfügung stellen könnt und danach wägt das programm ab ob es jetzt gerade die sicherung durchführt oder nicht das ganze wird natürlich immer in einem zeitlichen rhythmus gemacht alle paar stunden erstellt genie timeline automatisch ein backup der turbo modus wird das ganze über den haufen und ja wie soll man sagen sichert brachial auf die vorgeschriebenen sicherungslaufwerke bzw das laufwerk auf das gesichert werden soll dabei ist natürlich kein punkt bzw wird nicht beachtet dass dadurch die geschwindigkeit des pcs durchaus beeinflusst wird gut in diesem fall hat jetzt hier automatisch schon in turbo modus aktiviert weil ich hier aktiv an diesem pc nicht mehr vorhanden war bzw der pc war inaktiv aus diesem grund wechsel ich nochmal manuell in die turbo geschwindigkeit damit das ganze schneller von starten geht und während das ganze hier durchläuft möchte ich euch gerne hier nochmal die schaltflächen erklären wir können die sicherung oben durchsuchen das ist eigentlich ganz einfach einfach den entsprechenden suchbegriff dazu eingeben wir können die aktuelle sicherung komplett anhalten das heißt als auf wunsch wird diese auch mit intelligentem modus erst wieder dann fortgesetzt wenn wir drauf klicken und diesen entsprechenden bereich hatte ich ja eben hier schon erklärt der punkt timeline wiederherstellen und die erweiterte wiederherstellung auf das möchte ich gerne später zu sprechen kommen die notfall wiederherstellung ist ein feature das in meiner version leider nicht zur verfügung steht aber es ist natürlich eine entsprechende wiederherstellung die für den notfall gedacht hast das heißt wenn zum beispiel alles einmal abgestürzt ist außerdem könnt ihr diese entsprechende sicherung die ihr hier gerade seht verwalten zum beispiel könnt ihr die datenauswahl ändern ihr könnt aber auch das sicherungslaufwerk ändern zum beispiel in meinem fall hatte ich ja dieses sicherungslaufwerk sehr extra eingelegte festplatte ausgewählt ihr könnt aber natürlich auch etwas anderes wählen wenn ihr das möchtet und natürlich könnt ihr eine neue sicherung erstellen und in dem punkt erweiterte extras beziehungsweise unter der produktinfo findet ihr noch mal weitere informationen gehen wir mal auf den punkt extras und erweiterte hier finden wir denn zum beispiel anpassung zu der datei behaltung hier können wir nämlich definieren wie groß die sicherungsgröße sein soll das heißt ab welcher größe dort wie die der eine sicherung gelöscht wird dass diese dateien werden natürlich mit der zeit immer größer da immer mehr datei version abgespeichert werden müssen und wenn ihr jetzt jeden tag dann 60 gigabyte audio oder eine audio datei wäre ein bisschen extrem aber eine 60 g bei video fraps datei sichert dann zieht das doch schon ganz schön an sicherungsgröße und dann könnte es auch irgendwann passieren dass diese festplatte überläuft aus diesem grund wäre das hier natürlich auch ganz gut wenn man sich diesen punkt einmal an schaut ihr könnt natürlich auch datei version löschen die älter als zum beispiel 60 tage sind aber ihr könnt auch 30 tage oder 25 tage einstellen wie ihr das möchtet dieser spiel und film modus ist einfach ein modus das euch erlaubt beim spielen und der wiedergabe von film oder bei der wiedergabe von präsentation diese backup funktion komplett zu deaktivieren das aktiviert sich dann automatisch solltet ihr dieses häkchen gesetzt haben der entsprechende backup zeitplan ist in meiner aktuellen version hier leider nicht vorhanden da ich hier nur die basic variante besitze aber in der home und pro version ist das ganze hier mit enthalten und wie man hier schon sieht wir können die einzelnen tage auswählen und stunden wann diese sicherung durchgeführt werden soll eine e mail benachrichtigung gibt es natürlich auch wann eine entsprechende backup ja sicherung durchgeführt wurde wann das ganze beendet wurde das können wir uns dann per e mail zuschicken lassen in den erweiterten einstellungen können wir leider auch nicht weiter rumfummeln da dort auch mir die rechte zu fehlen die genie timeline app ist für alle ios benutzer recht interessant da diese durchaus ja wie soll man sagen vorteile bringt man kann nämlich die aktuelle datensicherung einsehen den aktuellen zustand der datensicherung das ganze funktioniert einfach mit der e mail adresse dadurch bekommt man ein pin den gibt man in der entsprechenden app denn ein in einstellungen können wir auch noch mal hier auf die automatischen updates zu sprechen kommen und ob wir das ganze hier wöchentlich oder komplett automatisch haben wollen außerdem können wir die protokollierung schweres wort die aktivieren und zwar das mit dem debugging aber jetzt kommen wir noch mal zu einem wichtigen punkt und zwar den windows erweiterung dann wie man vielleicht schon bei dem anfang gemerkt hat beziehungsweise bei der installation es hat sich kurz der explorer ein und ausgeschaltet dann genie timeline hat hier etwas hinzugefügt und zwar entsprechende icons die man sehen kann zum beispiel wenn ich jetzt mal auf meine videos hier gehe finden wir hier dieses symbol und das bedeutet einfach dass dieser ordner gesichert wird das ganze können wir natürlich auch abschalten das zeige ich euch gleich wenn wir das nicht wünschen können das natürlich hier deaktivieren außerdem gibt es diesen intelligenten timeline explorer diesen hier nutzen können auf den möchte ich auch noch mal gleich zu sprechen kommen diesen können wir auch hier deaktivieren dass er nicht mehr hier aufgelistet wird soweit erstmal dazu außerdem haben wir noch das automatische ausschließen von bestimmten dateien beziehungsweise ordnern die wir hier drin jetzt haben in meinem fall habe ich daran nichts verändert meiner empfehlung nach würde ich daran auch persönlich nichts ändern wollen gut dann können wir zurück gucken wir mal was unser backup macht das hat hier schon etwas weiter gearbeitet wir haben mittlerweile fast 9000 elemente gesichert natürlich alles im turbo modus ich werde jetzt erstmal die aufnahmen pausieren bis das ganze abgeschlossen ist oder weiter fortgeschritten damit wir hier mehrere punkte gleich schön sehen können wenn ich auf das wieder herstellen zu sprechen komme und bis dahin ja noch ein paar entspannte sekunden bis gleich so nach einigen minuten können wir jetzt hier weitermachen hat jetzt mittlerweile hier 26.000 elemente gesichert 65.000 elemente stehen noch aus die wir hier noch sichern müssen beziehungsweise meine komplette d festplatte wird ja in diesem fall hier gesichert das dauert natürlich etwas länger jetzt möchte ich gerne auf diese timeline wieder herstellen funktionen zu sprechen kommen diese ist ja wunderbar in windows explorer integriert und wir sehen hier einfach schon mal verschiedene schaltflächen hier oben einfach mal vier tasten und einen punkt dieser punkt stellt immer eine sicherung da diese sicherung werden natürlich mit der zeit immer immer mehr und zwar werden diese alle paar stunden angelegt das heißt alle paar stunden taucht hier auch ein neuer punkt auf zum schnellstart ist diese natürlich diese seite hier auch über die favoriten zu erreichen oder über den computer ganz einfach also wenn jetzt hier zum beispiel einfach eine datei wieder herstellen wollt geht ihr auf zum beispiel meine dateien videos und habt ihr hier einfach verschiedene dateien vorliegen wenn ihr jetzt zum beispiel ein paar monate zurück gehen wollt wenn ihr natürlich genie timeline schon so lange benutzt könnt ihr euch dann hier einfach durchklicken bis ihr hier oben das entsprechende datum habt oder die entsprechende zeit und könnt euch denn einfach per drag and drop die datei hinaus ziehen in die freiwelt sozusagen beziehungsweise auf euren desktop oder in ein anderes verzeichnis wie ihr wollt die datei bleibt natürlich im backup bestehen ihr erstellt euch sozusagen nur eine kopie dieser datei die ihr auch auf ein anderes medium denn übertragen könnt das ist euch dann freigestellt wohin ihr das ganze tun wollt kommen wir zum nächsten punkt und zwar ist das die erweiterte wiederherstellung lese ich einfach mal vor erweiterte wiederherstellung bewegen sie den timeline schieberegler um den zeitraum auszuwählen aus dem ihre dateien wiederhergestellt werden sollen führen sie eine suche durch um die wiederherzustellenden daten auszuwählen und klicken sie auf weiter um fortzufahren gut klick jetzt einfach mal hier doppelt drauf ich will einfach mal hier irgendeine datei wiederherstellen was gibt es denn mal hier browser magic actions das hört sich doch gut an habe ich einfach hier markiert und hier haben wir natürlich auch diese leiste einfach von eben wo wir uns durch klicken können klicken wir auf weiter haben wir wählen sie die wo sie ihre dateien wiederherstellen haben möchten oder wiederhergestellt haben möchten ich will einfach jetzt mal hier desktop klicke auf weiter ich muss einfach mal hier kurz diese unglaubliche sicherung unterbrechen weil mittlerweile geht es auch auf die kosten der aufnahme gut hier lädt das jetzt ganz einfach runter das sind 170 mb gewesen die sagen wir jetzt hier oben drin können wir uns noch mal das protokoll anzeigen lassen öffnet sich im web browser hier sehen wir das dann einmal wunderbar aufgelistet hier würden natürlich dann mehrere dateien auftauchen wenn wir diese hier entsprechend aufgelistet hätten gut klicken wenn sie auf home und hier auch schon den intelligenten modus wieder umgestellt hier oben auf dem desktop finden wir jetzt unsere datei vor die ich mir hier rausgezogen habe können wir einfach mal hinten navigieren und dann haben wir hier die entsprechende datei komplett in der original form wie sie auch vorher schon vorhanden war also ganz ganz einfach das ganze natürlich ist diese erweiterte wiederherstellung für mehrere dateien gedacht die wir wiederherstellen möchten in diesem fall habe ich das einfach mal hier so gemacht ich persönlich habe allerdings selten diese erweiterte wiederherstellung genutzt meistens immer diese timeline wiederherstellen funktion da mir das deutlich einfacher ging und ich habe eigentlich noch nie mehrere dateien auf einmal wiederherstellen müssen sondern meist immer nur einzelne word dokumente die ich irgendwie aus versehen gelöscht hatte ich weiß auch nicht wie das immer kommt gut soweit dann erstmal dazu soweit auch erstmal hier zu diesem interface das genie timeline basic 2013 und alle weiteren versionen uns bieten minimieren wir das ganze mal bei der installation wird auch noch hier ein ordner angelegt auf unserem desktop dieser nennt sich sicherungsfreie zone dort können wir Dateien hineinpacken die nicht gesichert werden sollen ich habe diesen ordner meist immer zu anfang schon gelöscht in diesem fall tue ich das auch denn ich benutze das nicht kann hier oben eigentlich auch mal diesen ordner löschen geht leider gerade nicht denn ich wähle entsprechend anders aus welche dateien nicht gesichert werden sollen beziehungsweise welche ordner ich mache nämlich hier immer ihr seht ihr hier dieses icon dass wir ja schon geklärt hatten was das heißt und zwar wenn wir das ganze jetzt hier nicht haben möchten markiere ich diesen entsprechenden ordner mache einen rechtsklick darauf und wähle den punkt von der sicherung ausschließen wir haben ja noch weitere optionen alle gelöschten daten anzeigen braucht man jetzt nicht so oft aber hier diesen punkt von der sicherung ausschließen das mache ich doch schon recht oft entfernen werden entfernen werden alle versionen der dateien von geni timeline löschen ja gut das ist ein bisschen falsch übersetzt würde ich sagen möchten sie fortfahren ja wunderbar denn leht das einen kurzen moment dieser entsprechende punkt hier verschwindet und ab dem zeitpunkt finden wir diesen ordner auch nicht mehr unsere sicherung wieder und dieser wird auch bei der nächsten sicherung nicht mehr gesichert soweit dazu denn erstmal außerdem sehen wir hier mal diesen roten punkt dieser heißt einfach dass die dateien noch nicht gesichert wurden ein grüner bedeutet natürlich dann dass die datei schon gesichert wurde was wir auch dann natürlich hier nachvollziehen können wenn wir uns einfach mal dorthin begeben hier sehen wir diese dateien die eben einen grünen punkt verpasst bekommen haben gut soweit war es dann auch erstmal zu geni timeline 2013 in meinem fall die basic variante ich stelle euch unten in die beschreibung und natürlich auch in dem blog artikel die verschiedenen weiteren versionen und vorzüge vor mit einem entsprechenden link ihr könnt das ganze denn auf der website kaufen wenn ihr euch noch nicht sicher seid ob das programm wirklich was für euch ist ladet euch erstmal die kostenlose variante herunter diese könnt ihr dann erstmal ausgiebig testen enthält auch genügend entsprechende funktionen um das programm ausgiebig zu testen und dann könnt ihr euch ja immer noch entscheiden ob ihr mehr funktionen eventuell benötigt gut soweit war es jetzt noch erstmal zu diesem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat würde ich mich natürlich über eine bewertung freuen und wenn nicht ist auch nicht so schlimm wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten video tschau 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 tschau